Wir gehen jetzt zu den Kelten. Ich glaube, wir müssen die auch. Ja, wir machen mal. Ich kann euch die Frütten super empfehlen. Ja, sehr lecker. Frütten sehr lecker. Nicht fettig, nicht zu seistig, richtig knusprig. So leckere Frütten habe ich schon nie gegessen. Kein Fettgeschmack gar nichts. Super lecker. Was sagst du? Ja, die haben Hunger. Das ist genau so. Die Frütten sind super lecker. Super lecker. Er hat Essen gerochen. Kling da so. Lächste. Papa. Papa. Kann ich eine Witze machen? Das ist hier und wir kochen. Ja, wir mögen die china kochen. Ja, wir mögen die china kochen. Die Kelten möchten. Hier kommt sie die aufgemalt. Es wird nicht tätowiert, es wird geklaut. Sie sagt, es wird gestochen? Ja, da bin ich froh, dass ich noch... Was ist die Pins? Die Pins. Ist hier vertaft hier. Kein Mucks, die wickelt sogar noch rein. So, das geht auch mal ruhig schön durch. Das Gelbe da, ne? Wie das kommt. Allein bin ich hierher. Ja. Hier bekommt ihr Bücher und Umhänge. Verlierten. Egal. Was ist das? Du gehst von mir aus vorne weg. Das gilt für die kleinen. Die sind 6x60 Millimeter. Das heißt 8x80 Millimeter. Und da können sie also mehr anzunehmen. Und da können sie also mehr anzunehmen. Schlüssel für mich. Bitte? Zum Beispiel. Ich habe eine hohe Karte. Zum Beispiel auch mit dem Sie schon. Sie können auch anzunehmen. Sie können so wandern, mal spazieren gehen, NIgern gehen, camping machen, im Garten sitzen und dort mit dem Enkel- oder Papa-Somen-Wochen-Wochenende machen. Sie können auch mit dem Enkel- oder Papa-Somen-Wochenende machen. in Sicht eines Archäologen, wo ja das fertige Gewebesuch.